Hallihallo Hallöchen, wir machen Mod Vorstellungen und zwar auf der Playstation 4 für das Spiel Landwirtschaft Simulator 2017 und es geht nicht um diese Sachen hier, die kommen später noch darauf kommen wir später noch zurück und zwar geht es eigentlich hier drum, es gab natürlich wieder viele Mods und ich habe mir einfach die was für mich am interessantesten sind rausgesucht und zwar gibt es ein Autoanhänger, ein Einachser gibt es da mit normaler Bereifung, da schön grobstollig und ohne Inhalt, dann gibt es mit Straßenbereifung und Wasserfässer, also können wir Wasser mit transportieren und es gibt welche mit Dieselfässer und da kann man bei dem beiden natürlich auch die Reifen wählen, ich habe da Straßenbereifung drauf gemacht, jawohl was haben wir noch, wir haben den Rahmen wählen, die Farbe von den Felgen, die Bordwand, ob die hier so gewählt sein soll oder so glatt wie bei dem Anhänger genau und hier die Farbe kann man natürlich auch wählen, was der für eine Farbe haben soll, das ist einfach der größere davon, da haben wir auch verschiedene Reifentypen dazu, dann haben wir noch ein großes amerikanisches Auto und zwar mit der Doppelbereifung hinten, den können wir auch gleich mal testen und das Teil können wir schon, der gehört eigentlich nicht dazu, den brauchen wir bloß für den Test, oh, habt ihr gehört? der hört doch schon ordentlich, genau, der kann natürlich hier diese Einachse Anhänger, kann der natürlich problemlos ziehen, wie gesagt, hier haben wir einen mit Licht, äh mit Licht, genau, ein mit Licht, Licht hat er auch, äh, ein für Wasser, dann haben wir einen mit Diesel, für Diesel, äh, Transport, wenn man da zum Feld irgendwie, oder irgendwo halt, äh, Treibstoff hinfahren müssen, wäre das genau richtig, sieht eigentlich auch ganz cool aus, finde ich noch eine super Idee, was noch besser wäre, wenn die Fässer, äh, festgemacht werden, so, dann haben wir, da diesen Anhänger, was, äh, leer ist, ich kann ihn nicht ankuppeln, so, übrigens, das Auto schauen wir uns natürlich auch noch näher an, das ist gar keine Frage, so, jetzt zum Anhänger, da sollten wir ja theoretisch irgendwie, beim Auto kann ich runterklappen, und beim Anhänger, kann ich nix, okay, wir versuchen den Anhänger, naja, wir werden mal den Helfer einschalten, der Helfer weiß ja immer sehr viel, und, vielleicht kann der uns sagen, der kann uns auch nicht sagen, es geht das Auto, aber der Anhänger, ich habe eigentlich den Anhänger gewählt, da geht nix, also beim Auto können wir die Klappe öffnen und schließen, so, jetzt kommt natürlich dieser ominöse Money Doom Teleskoplader in Einsatz, übrigens, falls die Frage nochmal auftaucht, auf welche Karte ist das hier eigentlich, diese Mod-Vorstellung, und zwar wäre das, äh, genau, jetzt habe ich es vergessen, ach, wie heißt sie gerade nochmal, okay, wenn es mir wieder einfällt, sage ich euch Bescheid, das ist eigentlich die Karte aus dem 15er, so, kann ich das jetzt, äh, eigentlich bloß, so, da reinstellen, das sieht nicht besonders elegant aus, also, meine Idee wäre ja, damit, mit Paletten zu transportieren, das würde für mich am meisten Sinn machen, okay, das klappt sehr gut, mit diesem Anhänger, vielleicht machen wir vorne auch noch eine hin, jawohl, wir haben sie auf jeden Fall geladen, so wäre das natürlich nicht, äh, Sinn der Sache, aber, wir machen mal noch ein paar Spanngurte rum, denn ist es auf jeden Fall gesichert, äh, wir haben natürlich die Radkästen da drin, die stören jetzt, ansonsten wäre der Anhänger so okay, so, da fahren wir noch eine Beule ins Auto, so, das ist jetzt los, da, also, wir haben den Anhänger beladen, nicht besonders clever, okay, jetzt, äh, zum Auto, 5,7 Liter, Tobodiesel, alles klar, konfigurieren, und zwar können wir da, 6,7 Liter, sogar, machen, dann hat er nicht 270 PS, dann hat er 410 PS, dann kann man mit dem Teil fliegen, auf jeden Fall, dann können wir natürlich die Farbe wählen, Felgenfarbe können wir auch wählen, und wir können die Räder, Heckscheibenfolie USA, aha, da wird dann noch USA draufstehen, okay, wir konfigurieren das Teil mal, ach, du Kacke, und das ganze Ding in Pink, ja, das mit der Heckscheibe finde ich cool, die Farbe finde ich natürlich, äh, nicht besonders einladend für mich, aber man kann den natürlich auch in schwarz nehmen, war ja bloß ein Beispiel, genau, so, weiter geht's, Mod-Vorstellungen gehen ja nicht besonders lang, meistens, man kann das natürlich auch, äh, ganz anders machen, ich mach das halt auf meine Weise, auf die lustige Weise, genau, so, dann haben wir da noch schöne Anhänger, die werden wir natürlich auch mal rausnehmen hier, dafür hab ich mir auch einen kleinen Traktor besorgt, so, damit die Anhänger auch passend dazu aussehen, der hat sogar, also, der hat auch Licht, genau, Reserverad, das ganze Ding, machen wir mal auf, kippen wir mal, das sieht dann so aus, hydraulisch, jawohl, alles klar, wir können wahrscheinlich auch noch, die Seite wählen, nach der wir kippen möchten, ist das die Seite, genau, so können wir dann auch, ein Drei-Seiten-Gibber, haben wir denn da, und da seht, da unten ist er denn auch grau, aha, genau, wir müssen dennoch, ich muss den erst zu machen, sonst kann ich ihn nicht abkoppeln, wir müssen dennoch schauen, was die ganzen Sachen natürlich kosten, das ist klar, machen wir natürlich noch, schauen wir uns die ganzen Sachen beim Händler an, für den, was es denn wirklich interessiert, und hier, ich finde es ja so cool, damit es auch in den Gebäuden, Niederschlag gibt, nicht bloß außen, das wäre ja Quatsch, in den Gebäuden brauchen wir auf jeden Fall auch, Niederschlag, so, hier auch, bisschen größere Anhänger, das Volumen, weiß ich aus dem Kopf nicht, und auch das Ding, kann natürlich kippen, macht da hinten die Klappe auf, wir können, jetzt habe ich das Radio angemacht, so, wie habe ich das jetzt vorhin gemacht, keine Ahnung, irgendwas kann der auch nach der Seite kippen, so, da haben wir einen schwarzen Rahmen, sieht irgendwie noch speziell aus, wie der gebogen ist, okay, jetzt schauen wir uns noch die ganze Sache beim Händler an, wir fangen mal mit den Anhängern an, so, die Anhänger, kosten natürlich nicht allzu viel, sind natürlich schon ältere Modelle, da hätten wir den kleineren Autosan, für 10.500, standardmäßig, passen 4.700 Liter rein, ist jetzt nicht viel, kann man machen, muss man nicht, so, den gibt es dann natürlich mit Straßenbereifung, oder Standard, wir können den ja einfach mal so, Standard kaufen, und dann kaufen wir den noch mit Straßenbereifung, ohne Aufkleber, und, äh, welliges Blech haben wir schon, wohl, wir wollen sie ja nebeneinander stellen, okay, kaufen, jawohl, und dann haben wir den selben auch noch, da können wir genau dasselbe machen, da passt natürlich ein bisschen mehr rein, äh, 7.800 Liter, kostet 13.500, Euro, ja, den kaufe ich jetzt nicht, so, dann haben wir noch die kleinen Anhänger, die fürs Auto, kosten 3.200, für dich recht teuer, für den Anhänger, das ist meiner Meinung nach nicht realistisch, ich habe selber mal eingekauft, der war viel billiger, und ist viel besser, genau, da können wir Wasser mit transportieren, da können wir Diesel mit transportieren, und das war es mit den Anhängern, dann haben wir noch ein Auto, gekauft, und das ist dieses gute Stück, kostet 62.000, finde ich jetzt nicht übertrieben, 109 kmh schnell, und wir haben da schon mal reingeschaut, wir können verschiedene Farben wählen, äh, Folie hinten auf der Eckscheibe, Motorisierung ändern, und dann können wir den auch in pink haben, wenn wir denn wollen, okay, jetzt haben wir gesagt, wir schauen noch mal die Räder an, also hier ist einmal Standard, und das ist eigentlich die Straßenbereifung, also finde ich, finde ich sehr realistisch, die Bereifung, obwohl da das Reserverad dann auch straßenbereift ist, und so sieht es glatt aus, und so sieht es gewählt aus, ohne Aufkleber, mit Aufkleber, also ich mag sie, sag ich mal, aber ich mag eigentlich alle Anhänger, okay, das wäre es eigentlich schon gewesen, von der Modvorstellung, hier von der Konsole, wie gesagt, das Auto muss man nicht in dieser Farbe wählen, man kann das auch in einer anderen Farbe wählen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, und bis zum nächsten Mal,